Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werdet ihr eine Timelapse sehen, wie ich das erste Haus von meinem XXL Projekt gebaut habe. Aber das Ganze ist jetzt schon fertig. Ich habe das ganze Haus gebaut. Ich habe daraus eine Timelapse gemacht und geschnitten geht die anderthalb Stunden. Deswegen kann auch hier an sich die Schild weg. Das Haus werde ich euch noch nicht zeigen, denn das solltet ihr schließlich in der Timelapse sehen. Und dann würde ich sagen, von mir hört ihr jetzt nichts mehr. Ihr seht nur noch eine schicke Timelapse. Und dann würde ich sagen, abonnieren, klark aktivieren, liken und kommentieren, wie euch das Haus gefällt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.